Heißhunger auf Süßes, ganz ohne Zucker, bei den glutenfreien Schnittchen zwar nicht, aber bei 160 Kalorienpunkten pro Stück können ruhig mehrmals zugreifen, ca. 1 Stunde L-Einfachstühstück, ca. 160 Kilokalorien e. 2 Gramm F7, die Appen, können schon am Vortag gebacken werden. In einem verschließbaren Behälter luftdicht aufbewahren. Zutaten für ca. 16 Stück, 4 Eier, M-Klammer zu, 150 Gramm Zucker, 50 Gramm Maisstärke, 90 Gramm glutenfreie Mehlmischung, 1,5 Teelöffel Backpulver, 120 Gramm glutenfreier Lemon-Kurt, 100 Gramm Puderzucker, 4 Esslöffel Zitronensaft, D-Ick-Cremich-Aufschlagstärke, Mehl und mischen, kurz und dann in die Form füllen. Ofen 15 bis 20 Minuten 1, sich die Oberfläche Tee füllt und sich die Seitform lösen. Den KI auskühlen lassen.